Die ADAC Schutzbriefversicherungs-AG war 2005 der erste Anbieter einer Jahrespolice bei der Reiserücktrittsversicherung. Heute ist sie Marktführerin auf dem Gebiet der Jahresreiseversicherungen. Mit Basis, Exklusiv und Premium. Was ist für Sie der richtige Schutz? Natürlich habe ich für diesen Urlaub keine neue Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Brauche ich ja nicht. Ich habe ja die Jahrespolice der ADAC Reiserücktrittsversicherung. 365 Tage im Jahr Schutz. Ist doch super. In jedem Fall das ganze Jahr versichert. Wir hatten ja gebucht und wollten auf Weltreise. Aber jetzt ist sie schwanger und die Arzt empfiehlt, die Reise nicht anzutreten. Was macht man da? Am besten erstmal feiern. Ist schon schade. Aber mit der ADAC Reiserücktrittsversicherung bekommen wir das Geld zurück. Basis schützt, wenn sie ihre Reise aus wichtigen Gründen nicht antreten können. Mit einem gebrochenen Fuß will man einfach nur noch nach Hause. Aber die Rückreise und auch den ganzen Rest vom Hotel haben wir durch unsere ADAC Reiserücktrittsversicherung erstattet bekommen. Und die nette Dame vom ADAC hat uns sogar noch beim Umbuchen der Flüge geholfen. Wenn der Fuß jetzt wieder heil ist, fahren wir einfach nochmal hin. Exklusiv bietet Schutz von der Reisebuchung bis zur Rückkehr vom Urlaub. Mein Hotelzimmer wurde eingebrochen. Selbst die Papiere haben sie geklaut. Ich dachte schon, der ganze Urlaub wäre vorbei. Aber Gott sei Dank bin ich ja beim ADAC und habe eine Reiserücktrittsversicherung. Und die haben mir den ganzen Schaden erstattet. Und selbst sogar meine Badehose. Premium versichert zudem noch dazu ihr Reisegepäck. Basis schützt, wenn sie ihre Reise aus wichtigen Gründen nicht antreten können. Exklusiv bietet Schutz von der Reisebuchung bis zur Rückkehr vom Urlaub. Premium versichert zudem noch dazu ihr Reisegepäck. Haben sie bereits Pläne für ihren nächsten Urlaub? Und ihre Wochenendreise nach Paris haben sie schon gebucht. Profitieren Sie von den Vorteilen der neuen ADAC-Reiserücktrittsversicherung und freuen Sie sich auf Ihren nächsten Urlaub. Machen Sie jetzt den ersten Schritt und lassen Sie sich von unseren Experten der ADAC-Versicherung beraten. S Glasfunk Berat